In der Episode Überheblichkeit gelang es Monark, das Miraculous von Ladybug zu erlangen, aber er wurde später von den Schülern besiegt. Wütend sagte Monark in seinem Versteck, dass es beim Finale nur ihn und Ladybug geben wird. Und er hatte Recht. Im Endkampf waren nur er und sie übrig. Und niemand half Ladybug. Sie musste das ganz alleine machen.